Nach dem Grundgehorsam folgt der Beschäftigungskurs. Es soll heißen, dass es noch viel, viel mehr gibt außer Sitz, Platz und Fuß. Man kann unheimlich schöne Sachen mit dem Hund zusammen machen. Und da haben wir eben einen Beschäftigungskurs, der vorsieht, dass man verschiedene Hundesportarten miteinander kombiniert. Das heißt, einmal haben wir Bereiche aus dem Agility mit Hürden und Tunneln. Wir haben Bereiche aus Obedience, wo es um exaktes Fußlaufen geht. Wir haben Bereiche aus dem Treibball heraus, aus dem Tricktraining. Also ich sage mal so, man lernt jede Menge verschiedene Dinge kennen und kann dann immer noch schauen, was einem vielleicht besonders Spaß macht und sich danach spezialisieren. Außerdem schauen wir immer, dass wir aktiv Spaziergänge anbieten. Das heißt, man lernt, dass man einen normalen Spaziergang unheimlich spannend gestalten kann. Da helfen schon mal kleine Tricks und Nasenarbeit, Suchspiele und schon ist der Spaziergang für Hund und Mensch ein Abenteuer. Hallo, ich habe einen dreijährigen Border Collie-Mischling, den Rocky. Mit dem bin ich seit Welpenalter in der Hundeschule Jakobs. Die Isa macht das ganz, ganz toll. Der Rocky hat mir am Anfang zu Hause alles zerlegt. Aber seitdem ich jetzt zweimal die Woche in diesen Beschäftigungskursus gehe, der sehr abwechslungsreich ist, ist der Hund total ausgeglichen. Hört fantastisch. Ich kann überall mit dem hingehen. Er fühlt sich wohl. Er hat hier sehr viel Spaß. Ich habe sehr viel Spaß und ich komme gerne weiter. Ja, hallo. Mein Labrador Paula ist seit zweieinhalb Jahren mit mir in der Hundeschule. Nicht nur mein Hund hat viel gelernt, sondern ich auch. Wir gehen zweimal die Woche. Es macht unheimlich viel Spaß. Ja, und ich weiß auch nicht, ob wir nicht die nächsten drei Jahre immer weitergehen. Also wirklich ein großes Lob an Isa. Die macht das mit einer so liebevollen Konsequenz, dass alle davon profitieren. Hallo, ich bin der Jochen. Und ich bin mit der Mia seit knapp zwei Jahren in der Hundeschule Jakobs. Ich habe sehr viel gelernt. Ich glaube, ich habe mehr gelernt müssen als die Mia. Aber wir beide haben das dank der Isa recht gut gepackt. Und wir werden auch wahrscheinlich noch längere Zeit hier beibleiben. Und ich werde jedem weiterempfehlen, an der Hundeschule teilzunehmen. Schnuppert doch mal rein. Wir freuen uns auf euren Besuch in der Hundeschule. Ich bin der Hundeschule. Ich bin der Hundeschule.